Ja, jetzt geht es wieder geballte Power2Go, also zum Mitnehmen sozusagen. Vielleicht wollten Sie auch schon mal, ja schon länger stromautark sein, denn es passieren heutzutage ja die eigenartigsten Dinge. Wir hatten sogar hier in Dassel Ende des Jahres ein Tornado, da hatte auch keiner mit gerechnet vor zehn Jahren. Und Stromausfälle passieren doch öfters mittlerweile in Europa. Und da berichtet auch die Presse drüber, dass das tatsächlich öfters passieren könnte. Hier, Focus Online berichtet, 63 Minuten Inselbetrieb. Europa schrammte am Freitag knapp am Blackout vorbei. Am Freitag schrammte Europa, wie ich gerade gesagt habe, knackt an einem Strom-Blackout vorbei. Nach einer Störung in Südosteuropa mussten mehrere Länder von der Stromversorgung getrennt werden. In Deutschland blieben die Vorkommnisse allerdings weitestgehend unbemerkt. Krisenexperte Sauruck prognostiziert allerdings schon jetzt, es ist binnen der nächsten fünf Jahre mit einem europaweiten Blackout zu rechnen. Ja, und dann steht sowieso noch die Energiewende bevor. Und dann kann es hier und da mal eng werden mit der Stromversorgung. Wir haben ja jetzt unser leistungsstärkstes Powerpack für Sie schon mal stehen. Und damit kann man ja wirklich so einen Stromausfall locker überbrücken. Da kann man den super mit überbrücken. Vor allem ist es das leistungsstärkste Powerpack, was wir bei uns im Sortiment haben. Und jetzt sind wir mal alle ehrlich. Jeder Mensch, egal ob das du bist, Danny, oder ob er das ich bin, wir sind stromabhängig, oder? Also es geht doch früh schon los als erstes, wenn du dir vielleicht mal ein Getränk warm machen willst oder erst mal überhaupt ein Wecker vielleicht, dein Handy musst du laden. Das sind ja alles Geräte, die wir betreiben müssen, um in unserem Leben gut zu funktionieren. Wenn dann aber ein Stromausfall ist, dann geht meistens als erstes so ein bisschen die Panik natürlich einmal los, beziehungsweise die Sorge, wie soll ich jetzt diese standardmäßigen Geräte weiterhin betreiben? Und da kommt unser Powerpack nämlich genau richtig, denn wir haben vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob das der Staubsauger ist, das Handy, der Laptop, die Bohrmaschine, der Kühlschrank oder eben auch mal eine Drohne. Und das sind ja nur so Beispiele. Ich sage es immer wieder, wenn ich dieses Powerpack Ihnen präsentieren darf. Erst wenn Sie es zu Hause haben, werden Sie erst richtig wissen, was Sie damit machen können, beziehungsweise wie Sie es natürlich auch einsetzen können. Kommen wir kurz dazu. Es hat 216.000 Milliampere Stunden, das heißt eine riesengroße Kapazität. Wir haben hier auch das große Display, wo wir das in Prozentangaben natürlich auch genau sehen. Unser Powerpack hat noch so um die 95 Prozent. Zusätzlich im oberen Bereich immer die entnommenen Wattleistungen. Das bedeutet, wie viel verbraucht mein Gerät, was ich jetzt gerade betreibe? Und im unteren Bereich würde dann sogar noch die errechnete Zeit stehen, wie lange Sie das Gerät betreiben können. Und das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Geräte nur, sondern Sie haben hier die Möglichkeit, Elektrogeräte von bis zu 1000 Watt, also 1000 Watt zu betreiben. Und das können viele verschiedene Sachen sein. Der Router, um zum Beispiel aktiv weiter dabei zu bleiben. Viele Telefone funktionieren ja auch inzwischen nur noch über den Router oder eine Lampe. Ja klar, wenn Stromausfall ist, das passiert meistens nicht tagsüber, sondern das ist meistens immer in der Dunkelheit. Dann braucht man natürlich auch erstmal Licht, aber eben auch Kühlschrank, Gefrierschrank, wenn da mal die Kühlkette unterbrochen ist. Ja, das ist richtig, richtig ärgerlich. Und bei mir ist es so, wenn ich einen Stromausfall habe, gehe ich als erstes ins Fenster und gucke, ist das in meiner ganzen Straße oder bin nur ich betroffen? Und dann möchte ich informiert sein. Weil wenn jetzt die ganze Stadt oder das ganze Dorf betroffen ist, dann muss ja natürlich auch irgendwo eine Informationsquelle da sein. Und dann können Sie zum Beispiel mit unserem Powerpack ganz einfach mal Ihren klassischen Fernseher betreiben. Wir haben es eben gesehen. Ein Fernseher hat, also moderne Fernsehergeräte haben nicht mehr als 150 Watt. Das heißt, das schafft unser Powerpack natürlich einmal auf einfachste Art und Weise. Die Bedienung erklärt sich auch schon im oberen Bereich. Schalten Sie es einmal ein. Und wenn Sie die untere Taste jetzt noch zwei, drei Sekunden einmal länger draufdrücken, dann leuchtet es nämlich auch gleich auf. Und dann sehen Sie jetzt auch, jetzt haben wir nicht nur den Gleichstrom, sondern wir haben auch den Wechselstrom, nämlich die klassische Steckdose von zu Hause aus. Und Jenny, ich gebe dir jetzt einfach mal den Stecker vom Fernseher. Du steckst den jetzt einfach mal hinein. Es ist handlich, es ist klein, es ist praktisch so, dass Sie es immer und überall natürlich auch mit hinnehmen können, aber es eben auch überall ganz einfach mal mit aufstellen können. So, Fernseher ist jetzt vorbereitet, schaltet sich in gleich in wenigen Sekunden ein und schon haben Sie wieder die Informationsquelle, schon haben Sie mal wieder die Nachrichten. Oder jetzt sehen wir vielleicht bei uns gerade mal das, was im Sommer ja hoffentlich wieder bevorsteht, die großen Fußballveranstaltungen, vielleicht auch ein paar Sportveranstaltungen, die Sie mal wieder richtig beobachten wollen. Und noch mal, das Powerpack betreibt gerade unseren Fernseher. Und jetzt schauen Sie mal auf die Zeit, knapp 400 Minuten. Das sind über knapp sechs Stunden, die Sie jetzt hier mit unserem Powerpack betreiben können. Wir hatten es ja eben gesagt, ein klassischer Fernseher, so um die 150 Watt. Wir sind hier mit 128 Watt, genau in diesem Rahmen. Und selbst, wenn jetzt Danny Ihr iPad oder Ihr Smartphone oder irgendein anderes Gerät noch leer wäre, könnte ich das ja trotzdem währenddessen gleichzeitig nämlich mit aufladen. Denn wir haben hier einmal drei USB Typ A Anschlüsse als aber auch USB Typ C. Also auch an die modernen Geräte ist natürlich gedacht. Oder wenn dann mal wieder das schöne Wetter ist und man möchte vielleicht auch mal wieder so ein bisschen kühle Getränke haben. Ja, da müssen Sie nicht ständig reingehen, sondern Sie stellen einfach eine kleine Kühltruhe außen hin, schließen die hier über die 12 Volt Steckdose einmal an. Oder sogar im unteren Bereich haben wir nochmal die 12 Volt Hohlstecker. Die können Sie natürlich auch nochmal mitverwenden. Also hier ist einfach an alles für Sie gedacht. Es ist eines der beliebtesten Powerpacks, die wir hier bei uns im Sortiment haben. Und viele sagen immer, naja, für was brauche ich denn so ein Powerpack? Haben Sie es einfach mal zu Hause. Testen Sie es aus. Sie werden erleben, was Sie alles mit einem Powerpack betreiben können, wo Sie es immer und überall einsetzen möchten, wo Sie keine Kabeltrommel, keinen Kabelsalat mehr haben, sondern wo ein einziger Stecker in Ihrem Powerpack mit drin ist. Denn das ist der Strom des 21. Jahrhunderts und darauf sollten Sie nicht mehr verzichten. Genau. Und jetzt eben auch zum TV-Sonderpreis für 688,72 Euro. Das Gerät kommt dann auch versandkostenfrei zu Ihnen. Aber wir schauen mal zusammen auf www.pearl.de, um da den Preis zu vergleichen. Da schauen Sie mal. Knapp 744 Euro. UVP liegt bei knapp 1300 Euro. Also fast halbiert hier der TV-Sonderpreis vom UVP. Also 688 Euro und 72 Cent. Das Gerät kommt mit einem kostenlosen Versand dann. So viel Power. Bis zu 1000 Watt gibt es her. Also da können Sie ja Kühlschrank, Gefrierkost, die darf ja nicht bloß bei einem Stromausfall alles direkt verrotten und wegwerfen. Das wäre so schade. Jetzt schauen wir mal Stromausfall. Wir haben die Informationszentrale. Wir haben natürlich auch das Smartphone parallel geladen. Wir haben Licht. Wir könnten theoretisch auch wahrscheinlich ein Köpfchen trinken oder ich weiß es nicht. Sie könnten auch, wenn Sie möchten, während dem Stromausfall saugen. Also Kaffee trinken kannst du natürlich ganz einfach eine 12-Volt-Kaffeemaschine angeschlossen. Gibt es ja ganz oft im Campingbereich zum Beispiel. Da kannst du das natürlich perfekt mitmachen. Aber jetzt erinnere dich mal an den letzten Sommer. Wenn du einkaufen gehst, geht man ja meistens nicht in einen Laden, sondern dann gehst du bestimmt in zwei, drei, vier Läden, weil du vielleicht in einem Laden gar nicht alles bekommst. Die Lebensmittel, die du dann wieder im Sommer im Auto hast, das können normale Kühlprodukte natürlich einmal sein. Das können aber eben auch mal Kühlprodukte sein. Einfach eine Kühltruhe mit hineingestellt, Powerpack hinein oder hier zum Beispiel auch einfach mal eine Kaffeemaschine betreiben. Das ist doch genau das, was man will. Das ist doch das, was man möchte. Vielleicht eben mal Kaffee trinken dort, wo eben kein Strom in der Nähe ist. Das machen sie ab sofort hier mit unserem allzeit beliebten Powerpack. Und ich kann es immer wieder nur sagen, alleine die unverbindliche Preisentwicklung des Herstellers, knapp 1300 Euro, so liegen die auch preislich sonst. Also da kann man im Internet recherchieren. Die liegen preislich weit höher sogar manchmal noch. Wir bieten es Ihnen zu einem unglaublichen TV-Sonderpreis an. Und jetzt hatten wir ja gerade einmal so ein bisschen die Stressvarianten, beziehungsweise so ein bisschen Stromausfälle. Also da für den Ernstfall. Jetzt denken Sie aber auch mal wieder dran, wenn da mal im Frühjahr wieder mal die Zeit kommt, wenn Sie mal wieder im Garten arbeiten möchten, wenn Sie vielleicht mal wieder auch etwas im Außenbereich machen wollen, ja, dann nehmen Sie bestimmt meistens eins, eine lange Kabeltrommel oder ein langes Verlängerungskabel immer wieder mit, müssen dann immer wieder eine Steckdose suchen. Ja, machen Sie ab sofort nicht mehr. Sie haben hier Ihr Powerpack. Und hier zum Beispiel Diana arbeitet jetzt auch auf einfachste Art und Weise einmal seriös und schneidet nämlich mit dem Powerpack und mit der entsprechenden Heckenschere einfach mal die Hecke. Ja, das können Sie alles damit machen. Das geht überall da, wo Sie den Strom brauchen. Haben Sie ab sofort nämlich den Strom mit dabei. Denn hier suchen Sie keine Steckdose mehr, sondern Sie sagen einfach, ich nehme mein Powerpack. Und wenn dann wieder mal die Zeit der gemütlichen Gartenpartys kommt, eine schöne Außenbescheulung mit schöner Musik, vielleicht ein bisschen Beleuchtung oder so, wie Sie es eben auch einsetzen wollen. Oder stell dir mal vor, du hast Gäste und die sagen, mein Smartphone ist alle, ich muss das jetzt mal schnell bei dir in der Wohnung laden. Da sagst du, nee, hängst doch einfach ans Powerpack mit dran. Das gehört einfach ins Inventar des Lebens mit dazu. Das ist so eine Standardsache, die sollte jeder zu Hause haben. Ich erinnere mich an unsere Kristin, die hat fünf von solchen Powerpacks in Amerika aufgrund von Hurricanes, die da immer mal wieder sind und sogar auch die passenden Solarzellen. Weil in Amerika ist das gang und gäbe. Da ist das Thema Stromausfall ständiger denn je. Aber jetzt bei uns in Deutschland wird es ja auch immer mehr. Wir haben es eben in den Artikeln mitbekommen. Wir haben hier bei uns diesen Tornado mitbekommen. Bei mir zu Hause, ja, auch unter anderem war auch in Kirchrode Stromausfall und da musste ein Krankenhaus mit Notstrom sogar versorgen. Ja, Wahnsinn. Schauen Sie doch mal. Am Donnerstagabend war das, dass da der Strom ausgefallen ist. Da waren letztendlich Straßenzüge rund um Langefeldstraße. Dunkel. Also Wahnsinn. Das Vinzenz Krankenhaus konnte auf Notstrom umstellen, aber die Leute drumherum natürlich nicht. Ja, und die Energiewende steht auch bevor. Also das ist einfach logisch, dass man sich so absichert. Also ich habe auch so ein Gerät zu Hause, weil ich kriege Panik, wenn ich auf einmal im Dunkeln sitze und das geht ganz schnell, dass man so panisch wird. Aber wenn man dann weiß, ich habe diese Sicherheit zu Hause, ich kann mich wieder verbinden mit der Welt. Ich habe Licht und Kommunikationszentrale steht. Das ist mir ganz wichtig. Und dafür ist es wieder ein kleiner Preis, dass man so viel Sicherheit hat und auch für die Zukunft geboten ist. 688 Euro und 72 Cent. Das Gerät kommt dann auch versandkostenfrei zu Ihnen. Die Bestellnummer brauchen Sie noch. Das ist die NX 62, 66 und die 569. Das ist unser leistungsstärkstes Powerpack. Also bis zu 1000 Watt Geräte können Sie speichern, äh speisen. Und Sie haben natürlich Spritzwasser geschützt, stoßfest, super Qualität. Alles, was das Herz eben begehrt. Und jetzt hast du schon hier. Unser wunderbares, monokristallines, faltbares Solarpanel. Ganz genau. Das ist übrigens das leistungsstärkste Solarpanel, was wir für Sie mit hier im Sortiment natürlich einmal haben. Vor allem, es ist praktisch. Hier einmal in dieser Tasche, das heißt aufgestellt beziehungsweise so, wie Sie es natürlich nutzen wollen, können Sie es nutzen. Wir machen es jetzt hier einmal auf und dann sehen Sie schon, Glättverschluss einfach nur öffnen. Und das hier, das ist das Allerwichtigste. Wir haben hier sogenannte Stellfüße. Das sorgt für die perfekte Ausrichtung. Das heißt, wenn Sie dann mal wieder Geräte aufladen wollen oder wenn Sie vielleicht auch einfach das Kabel dementsprechend anpassen, können Sie sogar Ihr Powerpack damit natürlich wieder aufladen. Wir haben Anschlusskabel und sogar diese Krokodilsklemmen sind automatisch im Lieferumfang enthalten, um mal Ihre Autobatterie wieder mit aufzuladen. Und jetzt wird das einfach nur dementsprechend einmal aufgestellt. Man hat dann diese Standfüße im hinteren Bereich. Das setzt man dann einfach nur einmal hier mit dran. Und dann können Sie das dementsprechend, wie Sie es natürlich nutzen wollen, einfach nur nutzen, einfach jetzt dementsprechend anpassen und dann sind Sie da natürlich auch mit bereit. Wir setzen es mal hier vorne hin, würde ich sagen. Da sieht man es, glaube ich, nämlich das ist ja das Schöne. Man ist ja mobil. Das heißt zum Beispiel, wenn die Sonne dann einfach weiter wandert, dann stellen Sie das einfach nur auf, passen es sich jetzt hier einmal an. Und jetzt schau dir mal diese großen Monokristallinen Solarzellen an. Die sind extrem mit einem hohen Wirkungsgrad bekannt. Die haben eine extrem hohe Lebensdauer, sind übrigens auch temperaturbeständig von minus 40 bis plus 85 Grad. Das Gesamtgewicht sind gerade mal 8 Kilo. Das heißt, jeder kann die natürlich auch auf ganz einfachste Art und Weise überall mit hinnehmen. Anschlusskabel mit dabei. Und noch mal, wenn Sie das Kabel ganz einfach entsprechend anpassen, können Sie damit sogar Ihr Powerpack jederzeit aufladen. Aber der Wahnsinn ist ja, guck mal, wie groß diese Fläche der Paneele tatsächlich ist, wenn es auseinander gefaltet ist. Du hast die Füße inkludiert. Aber wie klein das tatsächlich war, als es hier mit dieser Akkentasche ist, wie so ein Künstler, diese Malblocks in der Größe. Die kennt man, ne? Welche Größe ist das hier so? 50 mal? Also wir haben eine Gesamtgröße, wenn es aufgefaltet ist, von 246 mal 66 Zentimeter. Und wenn es gefaltet ist, sind es gerade mal 66 mal 53 Zentimeter. Also das ist richtig praktisch verpackt. Natürlich gerade für Dauercamper oder jemand, der jetzt einfach mal generell immer wieder auch ein bisschen Solarenergie nutzen möchte. Genau die richtige Investition. Ja, und man ist komplett stromautark. Man speist das, was man nutzt, direkt wieder zurück. Man braucht nicht helles Sonnenlicht, sondern es reicht. Ein normaler Alltag, also auch ein graues Wetter, wie bei uns in Deutschland, ist ausreichend, um das dann wieder zu laden. Also wirklich fein. 311,58 Euro. Ganz klein faltbar. Easy zum Mitnehmen. Die Bestellnummer gebe ich Ihnen noch geschwind. PX2484 und die 569. Ich bin wirklich begeistert von dem. Tolle Qualität. Monokristalline Solarzellen. Vier Stück an der Zahl und dann wieder einfach zusammenfalten und wieder dahin mitnehmen, wo man es eben braucht. So, und jetzt haben wir, wir wissen, unsere Bundles sind sehr begehrt, also unsere Kombination. Und deswegen hat uns der liebe Christoph das auch noch mitgebracht. Einmal in 110 Watt und einmal in 160. Aber wir fangen 110 erstmal an. Wir fangen mit 110 an. Und Bundle bedeutet, Sie bekommen zwei Produkte zum deutlich kleineren Preis. Und das ist der große, große Vorteil. Denn hier haben Sie jetzt einmal unser sehr, sehr beliebtes und leistungsstärkstes Powerpack, was wir natürlich mit dabei haben, zum kleinen, kleinen Aufpreis mit der passenden Solarzelle. Das bedeutet, wenn Sie den Strom immer und überall irgendwo herbeiholen wollen, können Sie das ab sofort hier natürlich auf ganz einfachste Art und Weise machen. Die sind sehr, sehr robust. Die sind sehr stabil. Die haben richtig Qualität natürlich auch hier einmal mit dabei. Auch hier wieder eine Gesamtgröße von 106 x 67 cm. Und für einen ganz kleinen Aufpreis haben Sie Ihr eigenes Solarkraftwerk dann ab sofort zu Hause. Denn wenn der Strom mal längere Zeit ausfällt, irgendwann ist natürlich auch mal unser Powerpack leer. Und dann laden Sie es einfach jederzeit mit der Solarzelle wieder auf. Sparen dementsprechend natürlich auch nochmal Strom. Denn Sie können es natürlich handelsüblich ganz einfach an der Steckdose aufladen. Aber natürlich auch jederzeit dann von zu Hause aus mit der Kraft der Sonne. Ja, Wahnsinn. Aber ich gucke gerade, so ist das wirklich real. Ja, das ist wirklich ein kleiner Auspreis dafür, dass man hier so ein solides Solarpaneel, 110 Watt, aber auch dieser Aluminiumrahmen, so stabil, tolle Qualität und auch ein ganz langes Anschlusskabel. Also da hat man wirklich alle Möglichkeiten. Unser Bundle hier mit dem Leistungsstärksten Powerpack und dem 110 Watt Paneel, das bekommen Sie für 790,77 Euro. Also unter 800 Euro. Das ist ein kleiner Aufpreis, dass Sie hier dieses Paneel mit dazu bekommen. Die Bestellnummer ist die NX6277 und die 569. Einmal ausgerüstet und dann ist man auch stromautark, hat seine Strominsel und dann, ach, das ist schon irgendwie ein schönes Gefühl. Du hast aber auch noch ein größeres Paneel dabei für ein größeres Bundle. Also wer mehr Strom benutzt, möchte mehr Strom zurückgewinnen. Genau, hier jetzt mit 160 Watt Leistung. Das bedeutet, hier haben Sie erstens diese schöne Aufbewahrungstasche natürlich mit dabei und das nehmen Sie jetzt einfach nur einmal aus der Tasche heraus. Sieht jetzt so natürlich erst mal kleiner aus. Wir gehen jetzt aber einmal wieder hier vor, öffnen das einmal hier. Das sind so kleine Clips dran, die machen Sie einfach nur auf und jetzt machen Sie das, falten Sie es auf. Und jetzt schauen Sie mal, was passiert. Es öffnet sich. Es hat eine Gesamtgröße dann von knapp über 160 Zentimeter. Auch hier wieder mit diesen praktischen Stellfüßen wird einfach dann perfekt ausgerichtet, beziehungsweise Sie passen es dann dementsprechend natürlich an, wie die Sonne scheint, beziehungsweise wie das Tageslicht hier mit dabei kommt. Auch hier wieder direkt fünf Meter Anschlusskabel dabei. Das heißt, Sie können das auch jetzt ganz klar von ein bisschen weiter weg auch mit nutzen, wenn Sie das Powerpack zum Beispiel betreiben wollen. Und was ich genial finde, man hat sowohl einmal einen direkten 5 Volt und 12 Volt Ausgang. Das heißt, Sie können komplett ohne Powerpack zum Beispiel über diese Solarzelle Ihr Handy aufladen, Ihre kleine Kühltruhe betreiben. Und vor allem, wenn es dann mal schnell regnet, wird es einfach wieder zusammengefaltet. Perfektausrichtung, richtig robust gearbeitet, schöne Qualität. Und auch hier wieder monokristalline Solarzellen sorgen wieder für eine extrem hohe Lebensdauer, einen extrem hohen Wirkungsgrad. Dafür sind monokristalline Solarzellen bekannt. Und ich finde, das ist das beliebteste Bundle, was wir bei uns im Sortiment haben. Ich verstehe es auch, weil damit hast du das leistungsstärkste Powerpack und das leistungsstärkste Solarpanel, was natürlich noch mal faltbar ist. Ja, Wahnsinn. Also Fridays for Future ganz groß geschrieben, aber ganz ehrlich, the future is now. Hier sehen Sie noch mal alle Bestellungsnummern und die jeweiligen Produkte dazu. Hier aber unser größtes Paket, also das leistungsstärkste Powerpack und das leistungsstärkste Solarpanel mit 160 Watt. Das bekommen Sie für 913,16 Euro. Das ist unser begehrtestes Bundle, sagt man immer, Kombination. Also da schnell sein. Die Bestellnummer gebe ich Ihnen auch noch mal für das leistungsstärkste hier, für die Kombination. Das ist die NX 62,79 und die 569. Und dann ist man stromautark, man ist mobil. Das ist so schön qualitativ hochwertig, auch Aluminiumrahmen, zusammenfaltbar. Das hier ist sowieso unser genialstes, leistungsstärkste Powerpack und die Kombination, das ist wirklich geballte Power to go oder einfach auch im Schrebergarten stehen lassen oder wenn man mal woanders am See das haben möchte mitnehmen. Man hat alle Möglichkeiten, aber schnell sein und bestellen.